Das ist noch nicht vorbei. Aha, so, jetzt werden wir erstmal eine Runde Spionieren. So, zwei Wachen am Eingang. Und dann haben wir... Tja, und was ist da? Ah, ich verstehe. Okay. Und wenn sie dir jetzt das Seilchen da anzünden, dann weiß die ganze Stadt Bescheid, dass sie angegriffen werden. Bessker. I see. Es ist nichts. Es vergiss. Okay. Fokus. Wir müssen gehen. Diese Mission wird nicht für uns warten. Ah, jetzt ist die auch noch pisst. Klasse. Dann, würde ich sagen... Gehen wir mal los, ne? Und tschüss. Und tschüss. Uuuh. Autsch. Weiter geht's. We'll split up. One group will go high and try to climb over to the other side. What about them? That's why someone needs to stay down here. They get behind cover and shoot the men up top. Das ist doch gut mit dem Crossbow, oder? Der wird's da wohl hoffentlich hinkriegen. Wie unauffällig. Wird eh nicht funktionieren. Aber, mal schauen, was passiert. Irgendwas unvorhergesehenes wird doch noch passieren, oder? Wir müssen ihn erst anziehen. Ich glaube, wir haben gewonnen. So, was macht Croft jetzt? Ah, wir dürfen ausschießen. Sehr gut. Den linken, natürlich. Und der rechte wird jetzt hoffentlich von Croft gemacht. Keiner sagt was. Hä? Warum macht Croft denn nix? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du fühlst mich gut? Ich habe nie gesehen, dass du vorher nicht verstanden hast. Ich glaube, er hat den einfachen Job bekommen. Er muss noch andere Sachen machen. Okay. Oh, oh. Ein paar sind auf jeden Fall drin. Vielleicht wird Croft uns auch verraten. Wer weiß. Wie viele haben wir denn hier noch? Eins, zwei sehen wir jetzt gerade. Okay. Nein, nein, nein. Es ist zu viel. Was? Es ist zu viel. Du verraten sie. Oh, vier Stück. Da ist noch einer. Sag etwas? Ich sagte, du war ein kleiner Rat. Warum lachen Sie mich? Nein, nein. Nein, nein. Sicher ist sicher. Und dann machen wir mal weg. Das geht immer so easy. Ich weiß nicht, ob man das nicht hört. Autsch. Und dann mal nach oben. Den nächsten wegmachen. Und Hallöchen. All clear down there? Oh. Hey, du lest... Und weg. Wir sind einfach tödlich. Sie sind still up there. On the right. Take them out. And you'll be clear to secure the beacon. They wait through. I'll keep them busy. We can finish these. Just look at them. Two men. We've dealt with worse. Let's rush them and be done with it. What about them? You afraid of a couple of crossbows? We took on the lost legion by ourselves. This is nothing. We stick to Croft's plan. Take care of them first. Alright. We want to do it. Wir wollen doch das machen, was Croft sagt. Er ist unser Boss. Wir müssen genau das tun. Und tschüss. Nächster. Komm. Kriegen wir auch noch weg. Wir müssen eigentlich noch nachladen, oder? Ach so. Wir krabben. Oh. Sehr gut. So viel zu Croft's plan. Okay. Wer hätte vielleicht doch rushen sollen. Na toll. Oh oh. 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 Richtige Tasten drücken. Nicht unwichtig. Oh oh. Hallöchen. So. Oh oh. Oh. Das war knapp. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh oh. Oh oh. Cut the rope, cut the rope, cut the rope. Oh oh. Nice. Das war ja gar nicht knapp. Oh shit. Nein. Nicht cool. Hoch, hoch. Handy. Die Axt mit. Und schmeißt das Ding. Okay. Keine Ahnung, was wir da jetzt machen sollen. Okay. Das ist auch keine schlechte Idee. So kann er auch nichts entfachen. So, was ist jetzt mit Croft? Oh, I can't believe you did it. Croft! Croft! Quit your whimpering. I'm not dead yet. Hear that? Ich würde sagen, ich würde sagen, wir übernimmt Vammerin. Und als jemand gestorben ist. Sehr gut. Sehr schön. Home at last. Back at High Point, I wasn't sure your brother would survive the day. I was terrified when you called Ludd's bluff, but you knew exactly what you were doing. And now Ryan will be coming home. He'll sleep in his bed. Eat at our table. We'll celebrate once Ryan has returned safely. We still need to make the trade. You're right, of course. Still, you did well today. Don't lose sight of that. My Lord. Look. No, we sind alle. Where are the guards? Oh. Shit. Dahlia? Duncan? Where are the Glenmores? What the fuck? Haben wir uns jetzt die Glenmores verarscht? Ah! It was a joke. I'm sorry, I... I should have laughed. Or... Maybe you think you can do better. Of course not. I... I didn't... Ramsey. Perhaps a song instead. I have written a touching song about your dead brother. Am I in it? Let's hear it, shall we? Oh shit. No. No? I won't. Roderick! Roderick! Hi! Welche Überraschung. Welcome back! Lord Ramsey. Welcome to Ironrath. How courteous. Now I know where your sister gets her manners. We've had a lovely time together. Haven't we, Talia? Say it. Say it's been lovely. It's been... Lovely. And you. I've told you, you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. Oh shit. Und ich glaube, das war's. Oder war's das nicht? Das war's. Next time on Game of Thrones. Ethan was the first Forrester I killed. Doesn't have to be the last. You don't know what you're in for, Garrod. What you're asking my brother to do. The North Grove isn't what you think it is. You claim to be a leader. Yet your own people do not respect you. What we did as you commanded. These aren't sellswords, Asha. They're killers. Roderick! I can't believe I trusted him. I know you and my brother are in contact. Perhaps he told you things. Things that might prove his guilt. Perhaps you're not to be trusted either. You're not listening, Garrod. Shh! So, schauen wir mal nach, was so die Mehrheit entschieden hat. Finn haben 90% mitgenommen. Krass. Ja, 61% haben natürlich Griff fertig gemacht. Mamed? Was heißt Mamed? Keine Ahnung. Äh, 86% haben Sarah's Secret tatsächlich behalten. Nicht schlecht. 69,3% äh. Oh, haben dann tatsächlich die Soldaten auch in Iron Wrath gelassen. Krass. 39% ... oh, okay. Die haben, ähm, Beska gestoppt. Die haben ihren Master dazu killen. Wir haben eigentlich größtenteils wieder die Mehrheit gemacht. Ähm, ja, ich bin eigentlich insgesamt zufrieden mit meinen Entscheidungen, muss ich ehrlich zugeben. Die Frage ist, äh, ob, ähm, ja, nee, eigentlich haben wir keine großen Fehler gemacht. Zumindest glaub ich das. Naja, vielleicht werden wir sie ja in der nächsten Folge dann wirklich sehen. In der nächsten Season. Äh, Season sag ich schon, Episode. Und, äh, ja, das, äh, war jetzt eine Episode, die nicht unbedingt so WTF-Momente hatte, sag ich jetzt mal. Ähm, wir wissen immer noch nicht, wer der Verräter ist. Das ist einfach alles ein bisschen fortgeschritten, ja. Es braut sich alles zusammen auf die letzten beiden Episoden. Fünf und sechs kommen ja noch. Das wird spannend. Ich denke mal, dass die fünfte doch ein bisschen aufbaut. Und am sechsten, in der sechsten Episode, wird es dann richtig krass zugehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, weil Game of Thrones ist ziemlich geil und macht halt immer wieder Spaß. Und, äh, ja, ich bin gespannt. Schreibt auf jeden Fall übelst geil immer in die Kommentare, wie ihr so, äh, meine Entscheidungen fandet. Ob ich irgendwas falsch gemacht habe, eurer Meinung nach. Oder ob ich, äh, alles richtig gemacht habe. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und, äh, ja, wie fandet ihr die Episode? Ähm, ich fand sie halt, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen... Sie kam ein bisschen, ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen schlechter vor als die anderen, ehrlich gesagt. Weil halt einfach nicht viel passiert. Also, es ist halt, daher, nicht viel passiert ist so eine andere Sache. Aber es ist halt alles so nachgekommen. Kein WTF-Moment, also, das... Das fehlt ein bisschen, ehrlich gesagt, äh... Aber vielleicht haben wir, wie gesagt, alles so gut gemacht, dass wir deswegen keine WTF-Momente hatten. Und man weiß es nicht. Es sah am Anfang echt gut aus für uns. Und gegen Ende, äh, läuft's ja wieder back up. Also, das ist wirklich typisch Game of Thrones. Und das liebe ich an dieser Serie und an dem Spiel. Und, äh, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Haut rein. Bis zur nächsten Episode von Game of Thrones. Bis dann, tschüss.